ARD Text im Auftrag von Funk Das ist kein echtes Auto Nein, 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 das ist so ein Auto Das ist so ein, wie nennt man das? Leute, nicht denken, dass das echt ist, ne? Ich wollte euch nur aufklären, das ist ein Plastikmodell Das ist kein echtes Auto, ne? Weil die Leute jetzt hier gerade, ihr dachtet wahrscheinlich echt Ja, ja, das ist kein echtes Auto, nur damit die Bescheid wissen, ne? Ich wollte dich kurz aufklären Bekleide dich als Müllmann und du kannst mit so vielen Leuten rausgehen, wie du willst Einfach Lockdown-Dusch gespielt, Digga Tatsächlich sind meine drei Lieblingswörter Quinch Was? Quinch Quinch? Quinch 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 Sagst du absichtlich so? Ja Quinch, heißt doch, ist so Quinch 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 Ja? Du meinst aber nicht Quinch Ja, ich kann das nicht so sprechen Alles gut? Alles gut Äh, ich wollte nur mal nachfragen Und zwar hat, äh, deine Frau letzte Woche hat sie bei mir ein Zehnerkatz gekauft Und sie hat das noch nicht bezahlt Und ich wollte fragen, ob du das vielleicht mal in die Wege leiten könntest, äh, mit der Zahlung Hm, ich hab deine Nummer, weißt du, ne? Nein, wirklich Hm, wird angezeigt Also wenn du nächstes Mal so lustige Scherze machst, dann solltest du anonym anrufen, ja? Ach du meine Güte, das hab ich gar nicht gemerkt Bitte mach bitte nix, Anis Ja, wirst du sehen, ciao, tschüss Nein, bitte nix Was? Hat Bushido angerufen? Er hat Bushido angerufen Das kannte ich ja noch gar nicht, Digga Das hab ich jetzt am Ende erst gecheckt Süße Digga, what the fuck? Was ist das? Is this so true? No, du geht schon, die Arabe, glaub ich, ich verstehe in der Züge Barrett und in den Behr, Barrett und Obama Is this so true? Is this so true? Is this so true, Digga Sag mal, sag mal, sag mal, sag mal in Arabe, wie Barrett und Obama sag Barrett und Obama Ha 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 Politiker wie sie uns verbieten zum Friseur zu gehen aber selber frische Seiten haben Ich kippe halt ihn! Wir haben ja mal Streicheln. Wir suchen! Pass auf Junge der Kippen nicht. vorne Ja nicht mich woran malфф streichel machen vorne darfste aber ich glaub dann hast du jetzt gerade da vorne dass streicheln 1 2 2 1 2 1 2 2 3 test test hörst du mich also wenn ihr furzen müsst ne und ihr könnt grad nicht laut furzen dann habe ich eine neue Taktik entwickelt. Das ist wirklich interessant, weil man hat öfters mal so eine Situation im Stream. Einen Stift auf den Boden werfen und dann einfach zeitgleich putzen, dann wird das keiner. Was? Wie schlecht einfach wirklich? Er weiß nicht, im Ernst. Hat gut geklappt, ich habe nichts gehört. Gar nichts. Ich habe nichts gehört. War da irgendwas? Boah, das ist Ganja. Achso, das ist Ganja. Wow, Ganja. Das kann ich so nicht sagen. Das ist Ganja. Du kennst das. Das ist Ganja. Wow, das ist Ganja. So muss man reagieren, wenn man abgeworfen wird. Korrekt, weil wir diese 50 Cent-Funk geschmissen haben. Ich kiss deine Augen, Bruderherz. Dankeschön. Es ist Bazzaro, da geht eh niemand irgendwas kaufen. Toni hin, ohne Eisdiele. Eis dienen. In meiner. Nee. Ah, die sind in meiner. Äh, hä? Kenn ich nicht, aber er hat sich auch gerade noch dran. Was ist bei ihm los? Bro, was ist da los? Was ist da los? Wenn die Lehrer morgens 50 neue Aufgaben reingestellt haben. Ist das so, dass ihr eine Liste habt? Ihr geht dann morgens so in euer Homeoffice oder weiß ich nicht, hier Online-Unterricht und ihr habt dann wirklich so 40 Aufgaben oder so 10 Aufgaben, die ihr machen müsst? Okay, wir gucken jetzt. Oh weih, oh weih, oh weih. So viel. Oh weih, oh weih, oh weih. Iiii, oh weih, oh weih. Ich weiß nicht, wo geht mein Traum an? Wirklich? Ich bin ein stylischer junger Mann, der erfolgreich bei Frauen ist, würde ich sagen. F***ing inside a Kangaroo's Pouch. Leute, wir sind ja mitten da auf dem Truck, Alter. Weiß man, also? Das ist wie man heutzutage Klassenfotos macht. Spaghetti. Ach so. Danke schön. Ich bin ein Theater. Okay. Mein Vater, nachdem er macht, ist das ein Theater. Mein Zeugnis gesehen hat. What the f***? Wie heißt diese Art an Sport? Wie nennt man das? Es hat doch bestimmt ein Richtiges. Ich will mir gleich mal ein paar Videos dazu angucken. Wie heißt das? Das Wort Tagebuch ist mega gut. Nun-Chuck. Nun-Kack. Nun-Kuck. Nun-Chuck. Nun-Ka-Chack. Nun-Nung-Chacko. Nun-Chacko. Es öffnet sich nur durch deine Stimme. Radikale Islamisierung. Willkommen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen heiß. Wenn das Wochenende mal wieder eskaliert ist. Sir, vielen Dank nochmal für das Freibier. Hey, du trinkst Capri-Sonne. Das wird da hergestellt, wo ich wohne. Indien. Nein. Heidelberg. Indien, Alter. Kommst du jetzt aus welchen Land kommst du? Ja, ich komm schon aus Indien. 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 Ey, darauf habe ich gewartet. Mein Name ist Jafet. Ja. Fett. Ganz normal. Aber aus irgendeinem Grund hatten die Leute in der Schule mich immer nirgert. Davon distanzieren wir uns natürlich, ja? Nikolas wollte er sagen, Leute. Nikolas haben die gesagt. Ich glaube, er wollte Nikolas sagen. Nikolas nannte die. Ja, das ist so ein TikToker, der heißt Nikolas. Nikolas TikTok. Wow, Alter. Ey. Wie schlecht man einfach debated wurde gerade. Wirklich. Come on, Alter. Und jetzt sofort überweisen, aber dein Rat nicht zahlen gehen, gell? Super. Die Menschen einfach. Die Menschen. Nein, f*** dich. Ey, was ist hier los, Mann? Bruder wurde 1589 entdeckt. Leute im Jahr 1588. Ey, mach, dass du wegkommst. Du mobst nicht den Sohn meines Vaters? Ich darf machen, was ich will. Hä? Hä? Du, Mama, man machen eigentlich die Friseure wieder auf. Ich bin Papa. Hast du Lust, mit mir vielleicht ein Ei zu essen? Was sagen Sie, wenn ich das hier mache? Wenn ich diesen Laptop zerstöre. Einfach so. Okay. Ah, wie schön. Oh. Oh. Thomas Hain aus Frankfurt am Main. Wer könnte das sein? Deine Mutter. Nein, der Gewinner. Digga, der Klin ist schon so übertrieben alt, aber legendisch. Ja, und damit. Das kennt jeder wirklich. Tschüss und bis morgen, mein Haus. Das ist so cool. Die Lassen nicht mehr da. Einfach klingt, dass er das mit einem Fernseher gebracht hat. Bis dann. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.